Das Rheinische Reichsprälatenkollegium, auch Rheinische Prälatenbank genannt, war die Vertretung der Reichsprälaten ohne virie Stimme im Reichstag des Heiligen Römischen Reiches, die nicht dem Schwäbischen Reichsprälatenkollegium angehörten. Der Zusammenschluss führte ab 1653 eine Kuriatstimme im Reichstag. Entstehung Erste Anfänge eines Zusammenschlusses neben dem Schwäbischen Reichsprälatenkollegium reichen bis ins Jahr 1582 zurück. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts nahmen einige nicht-schwäbische Reichsabteien oder Stifte an Sitzungen des Reichsfürstenrates teil. Um 1640 beantragten einige von ihnen die Zuerkennung einer eigenen Kuriatstimme neben dem Schwäbischen Kollegium. Mit der Gewährung im Jahr 1653 war die Entstehung des Rheinischen Reichsprälatenkollegiums abgeschlossen. Dies war möglicherweise ein Ausgleich für die Verdoppelung der Reichsgrafenkollegien zwischen 1641 und 1653. Da drei von diesen mehrheitlich protestantisch waren, stellte das Rheinischen Reichsprälatenkollegium ein Gegengewicht dar. Zusammensetzung Direktor des Zusammenschlusses war der Abt von Werden. Dieser entsandte den Gesandten des Kollegiums zum Reichstag. Zeitweise hat daneben auch der Stift Gandersheim einen eigenen Abgesandten zum Reichstag geschickt. Die Bezeichnung Rheinisch ist allerdings missverständlich. Während der schwäbische Paderreichsabteien und Stifte nur aus dem Gebiet des schwäbischen Reichskreises vertrat, waren im Rheinischen Kollegium Reichsprälaten aus verschiedenen Teilen des Heiligen Römischen Reiches zusammengeschlossen. Selbst einige schwäbische Stifte wurden zumindest zeitweise Mitglieder des Rheinischen Kollegiums. Bedeutung Wie die Historikerin Sarah Hartry in ihrem Artikel des historischen Lexikons Bayern ausführt, traf die politisch bedeutende Rolle, die das Kollegium der schwäbischen Prelaten innerhalb ihres Reichskreises spielte. Für das über verschiedene Reichskreise verteilte Rheinische Kollegium nicht zu. Ein weiterer Aspekt, der die Wirksamkeit minderte, kam hinzu. Im Gegensatz zum schwäbischen Kollegium umfasste das Rheinische Kollegium nicht nur katholische, sondern auch protestantische Einrichtungen. Dies war einer gemeinsamen Politik wenig zuträglich. Nach Sarah Hartry hat der Zusammenschluss nennenswerte eigenständige Wirksamkeit kaum ausgeübt. Der Kenner des Reichsrechts Johann Jakob Moser war 1767 nicht einmal mehr in der Lage, die genaue Zusammensetzung des Kollegiums anzugeben. Mitglieder Angaben für 1792 Kloster Keisheim Deutsch-Onds-Ballei Copelands Deutsch-Onds-Ballei Elsass und Burgund Ritterstift Hodenheim und Bruchsal Kloster Werden Kloster St. Ulrich und Afra Augsburg Kloster Isni Reichsabtei Cornelie Münster Kloster St. Emmeram Stift Essen Stift Buchau Stift Quedlinburg Stift Herford Stift Gernrode Kloster Niedermünster zu Regensburg Kloster Obermünsters zu Regensburg Abtei Burtscheid Stift Gandersheim Stift Thorn Stift Gernrode Stift Gernrode Stift Gernrode Stift Gernrode Stift Gernrode Stift Gernrode Stift Gernrode